Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Bunny Chapter 1. Das ist ein Horrorspiel, in dem wir in einem Haus von einem Killerhasen sind. Von diesem bösen Hasen müssen wir kommen. Habe ich jetzt gesagt Blösenhasen? Ich meinte, von diesem bösen Hasen müssen wir kommen. Ich rede mich immer. Sorry Leute, dieses Problem hatte ich schon oft. Okay Leute, ich muss jetzt sagen, wir klicken direkt auf Play. Jetzt kommt noch Werbung. Verdammt, okay. Zum Ziel. Ja, ich bin richtig gut in diesem Scheiß. So, und jetzt schießen. Komm, Munition daneben. Ist doch schon egal, ich habe auf die Koppel gezielt. Das zählt, okay. Das dann, wir sind hier. Und das hier. Okay, wir gehen nicht durch den Lüftungsschacht, hier ist direkt ein Hammer. Wie geil ist das denn? So, Bretter ist weg, okay. Okay, den Hammer behalte ich mal in der Hand, weil dann kann ich ihn für andere Sachen noch gebrauchen. Oh nein, der Hasen. Verdammt, scheiße. Die Musik, oh scheiße, da ist noch ein Geld. Verdammt, das ist doch, muss ich, verdammte Scheiße, weil ich sage, muss ich mir dem Auto entkommen? Verdammt. Okay, weiße Schloss, rote Schloss, komm, das ist mir etwas kompliziert. Blaue Schloss, okay, 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 verdammt, ich muss hier, verdammt, was? Verdammt, mein Tablet ist schon so heiß, weil ich es so lange nur benutzt habe. Verdammt, mein Gott. Du hast eine Abkürzung benutzt. Verdammt, okay, nein, danke, ich will, ja, ich muss trotzdem eine Werbung gucken, obwohl ich neu gestartet habe, das ist eine super Belohnung. Nee, ja, danke. Werbung wett, ich sag's doch. Ja, offene Melodie, okay, alles klar, Leute. Hier ist der Hammer, also vielen lieben Dank, danke, das hat mir viel genützt. Nachher gehe ich nicht mehr, ähm, verdammt, was ist noch, verdammt, ja, nachher gehe ich nicht mehr daran, sondern ich gehe die Treppe hoch, aber das nütze ich jetzt gar nicht mehr, weil der Hafer hat mich hier schon im Auge, verdammte Scheiße, okay, der Hafer hat mich jetzt nämlich hier schon im Auge, den Hammer lässt sich jetzt droppen, okay, verdammt, das Bad ist immer, kann ich halt nicht kippen, verdammt, oh, geht's hier runter, wo sind wir hier, gar nicht in dem Essenstisch, oh, geil, jetzt kann ich ja Pizza essen, nur die Pizza hat der Hafer schon fast aufgesessen. Aber du bist noch nicht wertig damit, okay, ich glaube, da oben muss ich hier noch kein Brett kassieren, damit ich da durchlaufen kann, oder muss man da gar nicht durchlaufen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da nicht durchlaufen muss, also, oh, darum geht's hier noch runter, verdammte Scheiße, oh, ich lasse jetzt nochmal diese Schublade hier, ich weiß gar nicht, ob sie das verfaltet, also ich kann nicht öffnen, verdammt, nein, lauf, lauf, sie kann einfach so durch, fehlende Scheiße, okay, da geht's noch lang, da geht's noch lang, oh, wir sind jetzt hier unten im Keller, Nein, lauf doch, was war das hier, was war das, was war das, du, geh doch da runter, lauf doch da runter, lauf doch da runter, Lauf doch da runter, du hast sie, du musst das jetzt, wenn du dich schuldig ein, da dauert es nichts, verdammt, also, das versuchen wir jetzt nochmal, und dieses Mal machst du seine Sache, es tut mir herzlich leid, okay, okay, Hufus ist, Hammer, danke hier, ich echte seine immer zuerst die Treppe, weil das ist das Einzige, was ich jetzt schon weiß, was man hier gemeinsam tun kann, also, braucht man nur noch ein Weißbeschloss und hier noch etwas, aber ich habe jetzt keine Zeit, was zu gucken, ja, es ist der Hase wieder hinter mir, du verdammte älinder Scheiß, Assi, und jetzt geht's schon danach, weil die Treppe hoffentlich nicht mehr fest, wenn doch, dann wow, da gibt's einen schönen Back, oh geil, wir haben's, siehst du, das kannst du doch auch beim ersten Besuch so machen, okay, das können wir abbrechen, und zack, gut, dann geht's hier unten durch, alles klar, was finden wir hier, wir finden zuerst nämlich einfach einen orangenen Schlüssel, ich muss doch, und auch einen schönen Key nehmen, und zack, es ist doch perfekt, Leute, werde ich jetzt ein nützliches Item, deswegen ist das mit den Schraubenzieher, dann nehme ich ihn sofort, okay, also, brauchen wir mal einen Blue Key, verdammt, eh, denn eine Scheiße, oh geil, du, möchtest du das, Versuch uns beiden, der kann nicht, okay, verdammt, okay, ich weiß nicht, oh, warte mal, ganz kurz schnell, nö, ich weiß nicht, ob man mit dem Schraubenzieher das öffnen kann, sonst wäre ich auch auf eine blöde, okay, komm, warte, ich muss schnell gucken, kann man das mit dem, warte, ich gucke, oh mein fucking Gott, hier, jetzt schaue ich eine Werbung, um weiter zu spielen, Leute, wir machen Kindern das Codieren leicht, und sogar ihre eigenen Spiele, komm, ich verdiene dadurch meine Premiere, okay, dann setze ich das Video halt fort, okay, Kinder haben jede Menge Spaß beim Lösen von Problemen, laden sie die App herunter, damit ihre Kinder Codieren lernen, ich bin kein kleines Kind mehr, du Arschloch, muss doch nicht so welche werden, ja, du Arschloch, ich brauche diese App nicht, okay, Leute, der Hammer ist jetzt nicht mehr hier, weil ich habe ihnen schon mal benutzt, ich hatte jetzt eine Werbung geguckt, um weiterzuspielen, aber dafür wurden alle Spielfortschritte einfach gespeichert, das ist richtig cool, und das liegt ja voran, weil ich eine Werbung geguckt habe, die eigentlich gar nicht mal so spannend war, darf die auch noch, ja, und jetzt hast du auch keinen Ton mehr, oder was, gut, gut, dann nehmen wir Schraubenzieher, oh nein, verdammt, wieso, nicht nur genau hier, Arschloch, okay, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann kann ich keine Werbung mehr gucken, um weiterzuspielen, und das wäre dann total blöd, weil dann müsste ich einfach alles nochmal von vorne machen, okay, Leute, uns fehlt nachher nur noch das weiße Schloss, wenn du das überhaupt einmal geschafft hast, das hier zu machen, so, jetzt brauchen wir nur noch einen weißen Schlüssel, obwohl da zu finden ist, weiß ich nicht, jetzt nehme ich den Orangenki wieder in die Hand, aber das Blöde ist, von da bin ich auch in den Garten reingekommen, das heißt theoretisch, der Hase, oh, scheiße, müsste jetzt auch hier sein, weil der war im Garten, aber der Hase ist offenbar da, Dankeschön, jetzt muss ich nur noch etwas Passendes finden, wofür ich den Orangenki-Schlüssel verwenden kann, dann geht es noch hier runter, oh, warum bin ich hier runtergegangen, ich hatte eigentlich von Anfang an vor, hier die Treppe hochzugehen, okay, Leute, ey, wie hättet der Hase jetzt hier, oh nein, oh nein, oh nein, falsches Timing, du blöder Hase, ich hasse dich, ich hasse Hasen, wenn es um diese Spiele geht, sonst sind Hasen richtig niedlich, du bist der allererste Hase, den ich hasse, ach so, beziehungsweise, lass mich, okay, geil, kann ich Minecraft spielen? Nee, ich kann kein Minecraft spielen, schade, okay, kann ich hoch, Oh, hierfür brauche ich ein Brett, und nicht ein Badezimmer, was ist da drüben? Ich kann ja ein bisschen schmicken, da drüben ist nichts, da drüben müsste doch was sein, wenn ich dafür schon ein Brett brauche, vielleicht ein Geheimgang, oh nein, verdammt, ich erkund jetzt noch ein bisschen das Badezimmer, okay? Aber das Blöde ist, der Hase, der müsste jetzt hier irgendwo hochkommen, aber, der Hase kommt nicht hoch, er ist wahrscheinlich zu blöd, er ist wahrscheinlich gerade seine Pizza auf, also, nö, er ist nicht seine Pizza auf, haha, ich habe nur einen Schwarz gemacht, okay, alles klar, Leute, ich muss mal das Haus ein bisschen mehr erkunden hier, quasi die Küche, oh nein, ich habe den Hasen gerade gesehen, und dann bin ich sofort, ich habe sofort geguckt, nein, 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 Schade, ist das wahr, dass du hier bist, das ist hier, hier ist nur ein Wassergrunnen, verdammt, kann mir mal bitte niemand sagen, wo ich wenigstens mehr Sachen finde? Verdammte Scheiße, komm mal hier hoch, ich meinte hier hin, sorry, hier hin, okay, Scheiße, ja, wo finde ich denn mehr Items? Vielleicht beim Auto, in der Garage, da habe ich nämlich noch nie, die habe ich noch nie erkundet, die Garage, von daher könnte es gut möglich sein, damit ich hier etwas übersehen habe, aber nö, habe ich nicht, okay, okay, also, schade, wieso musst du immer da sein, wo auch ich bin, du, 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 okay, okay, verfickte Huren, so ein Scheiße, ja, und ich finde nichts, wofür ich diesen Schaden verwenden Tag, außer natürlich, was ist hier eigentlich? Hier ist er, wie war man noch nicht? Bloki, geil, in den Garten, in den Garten, wenn ich jetzt einmal sterbe, dann mache ich das nochmal, das ist mir jetzt scheißegal, das wird schön gedroppt, und zack, so, wenn ich jetzt einmal sterbe, dann mache ich das nochmal, ja, ja, super, ja, also ich kann nichts dafür, Mann, Motherfucker, ich habe jetzt Game Over, das mache ich jetzt nochmal, ich jetzt, ja, das ist mir scheißegal, ich gehe jetzt einfach mal, ich weiß ja jetzt eh nicht mehr, wo das war, okay, Leute, zuerst machen wir Schritt 1, das hier im Fernsehen, und fach so, und jetzt gehe ich ja hoch, und in den Bloki, und jetzt werde ich einfach erkunden, was sich da im Garten befindet, das werde ich jetzt sehen, okay, ja, super, musst du genau davon kommen, okay, Leute, die Schuhe, das ist eine Werbung, das kann mir auch kacke weitergehen, okay, welcome, dieses Spiel kenne ich, aber, ähm, aber das ist ein bisschen kompliziert, okay, verdammt, okay, mach, Werbung weg, Werbung weg, oh, Werbung weg, Werbung weg, Werbung weg, 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 Mann, so gut, Leute, ich schau mich nicht mehr, ich bin scheißegal, ich werde jetzt einfach den Garten, ich werde jetzt das Gartenhäuschen erkunden, das schöne Gartenhäuschen, okay, sag mal, ist das jetzt wirklich wahr, ist das jetzt ein fucking scheißdreck, verfickter, elender, doofer, scheiß, verdammter, elender Uhrensohn, kacke, verdammter, elender, assi, ernst, du verdammtes kleines Viech, ich hasse Hasen, wenn es um dich geht, du assi, hier droppen wir es in den Sommer, und jetzt werde ich einfach das Gartenhäuschen, und jetzt werde ich jetzt erkunden, ich hätte das Plan, jetzt einfach hier lang, ich bin, guck mal, was für ein genialer Plan ich habe, mein Plan ist so genial, und zack, spring ich jetzt hier runter, und jetzt gehen wir in das schöne Gartenhäuschen, und der Hase konnte mich dieses Mal nicht daran erinnern, ich meine, ähm, dran hindern, wollte ich sagen, und so, Gartenhäuschen, verdammte Scheiße, so, perfekt, ob ich mir brauche mal ganz viele Zahnräder, hier ist einfach eine rote Schlüssel, ist das dein Ernst, ist das dein Ernst, wofür habe ich den roten Schlüssel lang nicht gebraucht, ich muss überlegen, ach komm, das weiß ich nicht, okay, nein, danke, so, mein Menü, okay, alles klar, ich wollte nur gucken, was im Gartenhäuschen ist, sonst nix, dieser Hase ist einfach so nervig, alles klar Leute, gut, aber es gibt ja auch noch ein anderer, ähm, 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 Gegner, und dann gibt es noch den Dark Mode, jetzt spiele ich noch eine Runde Leute, das ist, das ist ja nur eine Ausnahme, das ist jetzt aber wirklich eine absolute Ausnahme, dass ich das jetzt mache, okay Leute, wenn das dann denke ich, wenn das X erscheint, bin ich schon zwei Stunden da gehockt, okay Leute, okay, kann ich mich hier oben dücken, oh ja, ich hätte gedacht, ich hätte den Dückknopf noch nicht verwendet, was ist eigentlich, was hier, ja, ich wollte gucken, was der Schraubenschlüssel für Fälligkeiten kann, und das war die Pause, dankeschön, die Werbung für dich, die ist jetzt echt weg, die kann ich hier in den Müllhammer schmeißen, komm, mach weg, so Leute, gut Leute, wieso, ich hätte gedacht, ich könnte hier nur neu starten, das wäre zwar ein bisschen dämlich gewesen, nehmt doch den Hammer, verdammter Assi, okay, ich habe noch den Dark Mode aktiviert, hier, das Haus ist gar nicht dunkler geworden, so, aber den neuen Hasen will ich hier den jetzt, will ich hier ziehen, da hinten ist er, er versteckt sich hier in einem Sofa, da ist so ausgesehen, als ob ich hinter dem Sofa verstecken würde, okay Leute, gut, aber dieses Mal Leute, wissen wir, was wir machen müssen, und zwar Leute, ich gehe jetzt einfach hier runter, das Haus haben, komm du scheiße, hau auf, hau auf, hau auf, siehste, ich weiß, was ich tun muss, denke Leute, ich schaffe es jetzt zu entkommen, ich weiß das nicht, okay Leute, das droppen wir, und jetzt nehmen wir uns den Schraubenschlüssel, okay, gut Leute, und so, wir haben einen blauen Schlüssel, haben wir nämlich auch schon bald gefunden, und zack so, und sind wir hier, öffnen, und zack so, Gut, dann gehen wir jetzt hier hoch. Jetzt öffnen wir. Ist das mein Ernst? Ich habe ihn gesehen, wie er hier oben ist. Verdammt. Du Assi, wo ist er jetzt? Ich weiß, was ich tun muss. Und jetzt muss ich nämlich in das schöne Gärtchen gehen. Ich laber kacko. Die ist ja auch immer der Hei. Sie sitzt da. Und zack so. Gartenpastchen öffnen. Oh, ich weiß, dass ich einen roten Schlüssel gebrauche. Und zwar für diese eine oder andere Tür. Oh, das muss einfach ein bisschen weitergehen. Bevor der Hase hier ist. Oh, kacke. Öffnen. Und zack, wie sind jetzt hier drin? Passt hier zwei Waschmaschinen und ein blaues Zahnrad. Blue Gear? Alter. Okay, ich bin richtig gut. Okay, Leute, scheiße. Es fehlen uns noch andere Zahnräder. Ganz viele. Verdammte scheiße. Okay, Leute, das haben wir. Aber sonst weiß ich nichts mehr anderes. Ey, sonst weiß ich nichts mehr anderes. Das wäre hier mit der Scheißkacke. Verdammt. Aber sonst weiß ich nichts mehr anderes. Wir müssen jetzt noch etwas anderes suchen, Leute. Vielleicht hier? Nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ja, gut. Dann vielleicht hier oben. Oh, scheiße, Mann. Du kommst jetzt. Verdammte scheiße. Okay, Leute. Verdammt. Ich will jetzt eigentlich noch mal hochgehen. Ach so, scheiße, Mann. Verpiss dich? Kannst du auch warten von mir, ne? Jetzt geht er noch die andere Seite hoch. Was macht er jetzt? Wenn es zu einer Abkürzung geht und viel langsamer geht? Ich weiß nicht, was die alles wollen von mir. Okay. Okay, okay. Okay. Alles klar, Leute. Ja, sonst mache ich keine Fortschritte mehr. Alles klar, Leute. Wir wünschen jetzt wenigstens, wenn wir das blaue Zahnrad erhalten. Und zack, so. Wir wissen jetzt, oh, das war schon mit dem heutigen Video. Ey, das Video ging sicher schon in der G20 Minuten. Ja, 40. Ja, ich hätte gedacht, es ging schon viel länger. Aber es werden noch 15 Minuten gehen. Okay. Alles klar, Leute. Und ich habe echt nicht kapiert, warum ich jetzt durch dieses Brett gelaufen bin. Wahrscheinlich, weil ich keine Fortschritte mehr gemacht habe und das Video schon berätten wollte. Alles klar. Wir haben jetzt beide Hasen gesehen. Okay, Leute. Und wir haben schon Fortschritte gemacht. Wir haben das blaue Zahnrad eingesetzt. Aber das war der letzte Fortschritt, den wir gemacht haben. Wir wussten jetzt alles. Und ja. Ich habe jetzt auch das Haus kennengelernt. Beide Hasen habt ihr kennengelernt. Ich habe den dunklen Modus aktiviert. Aber das Haus war gar nicht dunkler. Weil Dark Modus heißt auf Deutsch übersetzt dunkler Modus. Und dann müsste das Haus eigentlich dunkler sein. Wie in dem Horrorspiel Granny. In dem Handy-Horrorspiel Granny. Weil es auch... Komm, da gibt es auch einen Darker Modus in diesem Spiel. Aber den habe ich noch nie verwendet. Ja. Und ihr habt das ganze Haus jetzt kennengelernt. Ihr müsst jetzt so viel über die Schlüssel gebraucht. Eigentlich könnt ihr das Spiel jetzt auch so gut wie selber spielen. Ah! Ja, alles klar. Und ich würde sagen, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Und abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Sonst wird dieser Hasen bei euch zu Hause und euch töten. Also es wird dann allerdings beide Hasen bei euch zu Hause sein. Wenn ihr nicht brav seid und nicht liked und nicht abonniert. Alles klar. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi! 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 Vielen Dank.